Ja, wenn du 1 gegen 1 spielen solltest, ich sag dir jetzt schonmal, du wirst nur zwei Charaktere sehen, ja, Orion und Artemis, mehr nicht. Du wirst sehr selten gegen Ed wieder gegen Kugel. Du hast die Platte selber Orion bekommen. Ja, das ist ja ein Zufall, meine ich ja. Orion ist, ey, der hat auch die geilsten Attacken. Das sind Noob-Charaktere, die hier, Anfangscharaktere, mit denen du, keine Ahnung, so weit Diamant kommen kannst hier, wenn du Luck hast, ey, dann. So, was kann denn die Kugel schönes? Hier wäre es Ray-Ban. Ich. Entschuldigung. Ah, wo bin ich? Ich kann mal check, diga, Ray-Ban. Juuuuh, der Bo... DONGINATING. DONGINATING. Ahem, ahem. Ahem, ahem. Ahem, ahem. 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 Was ist das für ein Charakter, Junge? Junge! Alter Mann, was geht hier ab? Ja... Ach, ich hab keine Mordi hier... Ja, was hat der für ein Charakter? Was ist das, Monohook? Hexe... Oh, Raymond, lass die Fäuste fliegen, Dingle! Der hat gerade seine Handschuhe weggeworfen! Das ist ja, der hat ja zwei Ding! Ich hab schon gedacht, der wirft seine Hände weg! Gibt da nur noch Kopfnuss! Tschüss, Dingle! Ich guck mal, das Junge wartet kurz! Hier! 6 K.O. Hm... Gibt's denn noch so? Wirklich leicht, was reingekommen! Hast du Teaser hochgeladen, oder was, Jank? Ja... Ja, Fake-Premiere schonmal! Bis man ein PC kommt, da wird die alle reden! Datum steht auch schon drauf, find mal! Die kommen alle drauf, Diggi, nur um zu lauschen! Weil keiner schreibt, sieh's was. Da kam doch jemand direkt rein, oder? Irgnen Lappen! Nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö... Weißt du wann die schreiben am letzten Tag oder am vorletzten Tag? Ne bro, ich mein, dass sie vielleicht die Chats nicht sehen, weil sie alle nicht Dings den Rang haben Sonst sind die zu dumm, ne die Zwerspieler Die vergessen das dann manchmal, keine Ahnung, aber Die kreiert, guck mal die sind alle Vibes, die haben keine A2-Member Dumm ey, ich wär dumm Die sehen die Chats nicht, bro Deswegen können die auch nicht schreiben Ja, aber sie sind zu dumm, diese Haken zu drücken Ach, musst du Haken bestätigen? Ja, ich versteh nicht, warum die es nicht machen Zertifizieren, ah hier Dumm, ne? Achso, ja, dann selber schuld Dann auch, da kommen die nur zum stalken Ja, das sowieso, drüber Ja, die kommen, der kommt, der hat Primärrucke Morgen erzählt er das seinen Freunden, fertig, so ist das Hm Alter Ja, dann Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.